moin moin aktiven freunde so wir sind heute oder wir spielen jetzt um sie 2 mit der karte drop hop wo wir jetzt auch schon in dorsten ob man aufstehen zb genau heute mit dem zitao ecomat format 906 zf ecomat und wir fahren heute die sp16 von dorsten hochbahnhof oder dorsten z zb nach essen hoppannhof oder essen rathaus zb genau durch die schön nirg ist glaube ich schon ich schmeißen natürlich wieder an da hört man auch schön den zf auf sound und äh ja was hat der position noch in der störung gut egal wir ziehen jetzt vor zur start halterstelle würde ich sagen und dann let's go das repaint ist natürlich von von der falschen ich bin die sp16 selber noch nicht gefahren also mal fahrt ihr auch noch weiter richtung moviepark germany und so hallo ich glaube nicht dass wir nicht brauchen eine erwachsene ticket bitte eine male fahrer 2 70 und 30 bitte morgen moin moin noch kurz was deaktivieren so genau in 2 Minuten geht es los 1 1 2 1 2 3 genau wir fahren jetzt hier um sieben uhr neun gerade spielzeit so fast original zeit aber so ich muss man da gucken nicht ob der richtige gut ist wenn er habe richtig sein nächste haltestelle schiller garten genau das passt sonst sind gleich wieder zu spät verspätung und sammeln kann man hier auf der karte ziemlich schnell deswegen ja nächste haltestelle acht jahre ja warum wie soll ich jetzt hier gleich durchkommen weiter das war es mal wieder mit pünktlich kalt die betrifft das war es der klassiker berufsverkehr noch gut Das ist ein bisschen, was ich da ist, was ich da ist. Ich kann jetzt nicht zwei Stunden warten. Und ich hab, äh, oder, ich hoffe, ihr habt dann viel Spaß und, äh, ja, ich würd's auch gerne freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like dann ist, dann später. Außerdem ist das Licht an, Manfred. Nächste Haltestelle am Jahnplatz. Kannst du dich gut aus für dich zu hören? Nächste Haltestelle. Puh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Haltestelle, Kirchhellener Ring. Haben Sie das andere? Nee, habe ich nicht. Da nächste Flüge sind vor mir allein, biebt und so immer. Hallo? 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 Nächste Haltestelle, Hallenbad. Moin Nächste Haltestelle, St. Antonius Hospital, Gartenstraße Oh mein Gott, fahr ich fast Beobachtung Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. Also ich glaub, sie haben hier zu viel... Also ich glaub, sie haben hier zu viel Rückgeld. Also ich glaub, sie haben hier zu viel Rückgeld. Ich wollte gern nur drei Haltestellen fahren. Eigentlich kriegt der Fahrer jetzt nicht Geld, aber deswegen wollen wir tauschen, dass wir nicht immer hinzuverhalten. Fehlt damit noch was? Ja, wenn schon hat man vier bisschen genügend Versperrungen durch das... Nächste Haltestelle, Schulze-Delitz-Straße. Bitte achten Sie auf die Anzeigen am Bootsteig. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das können wir hier aber noch machen. 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 Guten Tag. Guten Morgen. Guten Tag. 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 . Brabecker Weg. Das war's für heute. Das war's. Nächste Haltestelle, Schneiderstraße. Umsteigemöglichkeit zum 251 in Richtung Grafenwaldkirche. Wir haben das Fahrrad verlernt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Haltestelle, Hegestraße, Bottroper Straße und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020